Hallo ihr Lieben, Chris Semschermeyer, Partner, Beziehungscoach und vieles mehr in Hamburg, Berlin, in der Nähe von München. Ja, wir haben eine schöne Frage heute zur Null-Kontakt-Regel, wenn sich die nicht einhalten lässt, in Anführungsstrichen, weil die betreffende Person das einfach nicht zulassen mag. So, lieber Christian, ich habe eine Frage zu Null-Kontakt nach Beziehungsabbruch zu einem Narzissen. Ich muss natürlich jetzt gleich sagen, Narzissen ist damit mittlerweile ein Wort, was so häufig benutzt wird wie Butterbrot und so. Spaß. Also ich kann es natürlich, es gibt jetzt wenig Menschen, die diese Diagnose wirklich haben, ich weiß es natürlich nicht, aber sicherlich gibt es eine Menge Menschen, die diese Tendenzen haben und oder leben, sagen wir mal so, also irgendwas haben können wir bestimmt alle. Aber gut, nehmen wir das mal so an. Ich habe vor etwa fünf Monaten die Beziehung nach einem heftigen Streit abgebrochen. Er hatte mich belogen, aber wie so oft, trotz eindeutiger Beweise wollte er sich keine Schuld eingestehen und sein Verhalten auch noch rechtfertigen. Ja, also ob das jetzt, wir bleiben jetzt mal einfach auf dieser Verhaltensebene. Also warum Menschen, manche Menschen so lügen wie gedruckt, obwohl, also wie die sagen, ja, ich, nein, ich habe kein Handy in der Hand. Nein, nein, das ist nicht mein Handy. Ich habe es nicht in der Hand. Nein, ich habe kein Handy in der Hand, obwohl man es in der Hand hat. Jetzt mal so als Beispiel. Also ich verstehe dich da total. Es ist haarsträubend oft und ja, also kann ich total nachvollziehen. Das ist tatsächlich sehr toxisch. Und vor allem dann auch noch, dass du dich entschuldigen sollst. Ja, ja. Gut, vor etwa einem Jahr hatte ich die Beziehung schon einmal abgebrochen, aber leider die Null-Kontakt-Regel nicht streng noch befolgt und mich auf seinen Drängenden wieder auf ihn eingelassen. Das soll mir dieses Mal nicht wieder passieren. Ich habe ihn auf sämtlichen Kanälen geblockt, öffne ich nicht mehr die Tür, gehe nicht mehr ans Telefon, wenn ich die Nummer nicht eindeutig an einer Person zuordnen kann. Ja, auch nicht an unbekannte Nummer gehen und so weiter. Ja. Leider bombardiert er mich mit Briefkasten und anderen Dingen, ja, die er mein Auto heftet und so weiter und so weiter. Jedes Mal bittet er um eine letzte Aussprache oder um eine Antwort von mir. Ja, gut, ich meine, es ist immer das gleiche Spiel. Also wer ist die toxische Person? Da muss man immer nur gucken, wer hält die Regel, wer hält die Grenzen nicht ein? Es ist hier eindeutig, dein Ex, der die Grenzen nicht einhält, soweit ich das hier sehen kann. Und einfach drauf scheiß, dass du das nicht willst, dass du einfach keinen Kontakt mehr haben willst. Also natürlich, weil er hofft, die Tankstelle nicht zu verlieren, vermute ich mal. Aber es hat ja mit Liebe nichts zu tun. Also natürlich, ja, werdet ihr eure Beziehungsdynamik haben. Aber du hast es ja schon mehrfach durch. Du weißt, dass es dir nicht gut tut. Du weißt, dass du auch nur Kontakt geben musst, was auch immer mit ihm jetzt ist. Und er will das halt nicht. Und ich sag ja, das ist so dieses, während ja die Pluspole oft so überflexibel sind und ist das zum Beispiel für so Unterflexibilität und natürlich krasse Grenzübertritt, das einfach nicht zulassen zu wollen, was jemand anderes will. Es geht also nur um ihn. So, jedes Mal bitte an meine letzte Aussprache. Ja, das ist natürlich Quatsch. Das ist genauso wie noch ein letztes Mal reden mit der Person, mit der man eine Affäre hatte. Also die letzten Aussprachen sind in solchen Settings komplett sinnlos. Und du hast gesagt, du möchtest keinen Kontakt mehr und fertig. Und du weißt ja auch sicherlich aus Vorerfahrungen, wie problematisch das ist, wenn man sich zurückquatschen lässt und diese ganzen Geschichten und willst das halt nicht mehr, ne? Ja. So, nun droht er mir damit, dass er mir irgendwo auflauern will, um mit mir Kontakt aufzunehmen. Ja gut, ich meine, jetzt kommen wir natürlich auch in den... Also ich habe natürlich, bin kein... Offensichtlich kein Anwalt, keine Ahnung, außer was mich betrifft von... Oder also hier auf... Keine offizielle Ahnung von irgendwelchen Rechtsgeschichten. Und ja, aber wiederum sicherlich bewegen wir uns hier jetzt in so einem Rahmen, wo es auch irgendwo einfach auch nicht mehr in Ordnung ist. Auch vermute ich mal rechtlich nicht mehr in Ordnung ist. Und da kommen wir jetzt in den Stalking-Bereich, ne? Hm. Ja. Äh... So... Was soll ich tun? Ihm antworten oder nicht reagieren? Nein. Kein Nullkontakt wird... Gnadenlos, hätte ich jetzt fast gesagt, durchgehalten bis ins Letzte. Du gibst ihm keinen Kontakt. Und jetzt weiß ich nicht, mir schreiben ja Leute aus verschiedenen Ländern. Ich weiß natürlich noch viel weniger, wer ist in deinem... Also keine Ahnung, ähm, wie das da so ist. Aber es dürfte... Deutschland zumindest gibt's ja die Möglichkeit für ein Kontaktverbot, für ein zivilrechtliches. Äh... Man kann auch, äh, je nachdem welches Ausmaß da hat, gibt's ja auch diesen... Nachstellungsparagrafen im Strafrecht, ähm, das ist eigentlich schon ein dickes Fund. Also dieses zivilrechtliche... Aber wie gesagt, das ist nur so angehörtes, äh, Halbwissen. Da müsste es wirklich einen Anwalt fragen. Aber, äh, dieses zivilrechtliche Kontaktverbot ist schon ein scharfes Schwert. Und ich vermute mal, dass es in jedem Land sowas in der Richtung geben wird. Und wo dann einfach gesagt wird, ja, das ist auch relativ leicht zu kriegen. Ähm, soweit ich weiß. Und wo dann einfach gesagt wird, ja, du darfst mein... Äh, sozusagen darfst du dich nicht oder meinen Sachen nicht auf so und so viel nähern. Sonst gibt's Strafix Y. Und das ist schon... Ziemlich scharfes Schwert. Und, ähm, ja. Also... Da wäre mal ein Anwalt zu fragen. Oder man geht direkt zur Polizei. Die haben häufig Stalking-Beauftragte. Aber... Also das wär jetzt mein Rat, musst du wissen. Ähm, also ich... Wenn ich mit jemandem null Kontakt haben möchte und der akzeptiert das nicht, da würde ich... Ja, da wird's nicht akzeptiert. Fertig. Also... Ja, die Grenze ist nicht... Äh, die machst du dir auch bewusst. Und... Und sie ist jetzt so als Test des Universums, wie sehr du zu dir stehst. So, ne? Ich würde das jetzt auch nicht... Ähm... Also er... Was jetzt auch wirklich ein bisschen fies ist, dass er so mit Angst operiert. Das ist ja auch so eine... Zurückhol-Taktik. So Angst erzeugen. Finde ich echt... Völlig inadäquat. Und ich auch gemein, so, ne? Weil... Ich meine, jede Frau hat Angst, dass man hier irgendwo auflauert. Und das ist einfach ekelhaft. Und... Einfach nicht in Ordnung, so, ne? Und... Ähm... Aber... Ich kenne euch jetzt überhaupt nicht. Also... Ob er das jetzt wirklich je machen würde... Kannst du wahrscheinlich besser... Ähm... Einschätzen als ich. Keine Ahnung. Aber... Es geht ihm, glaube ich, auch nicht darum, die aufzulauen, sondern dass du einfach wieder mit ihm Kontakt aufnimmst. Und dann werden eben solche Sachen reingeworfen. Ähm... Ich frage mich jetzt nur eins. Woher weißt du, dass er dir damit droht? Auch das solltest du nirgendwo lesen. Du solltest deine Briefe nicht lesen. Du solltest alles zerreißen. Äh... Willst du das eigentlich vielleicht gar nicht. Und... Also, ich würde auch nichts lesen. Ich würde... Äh... Also, wenn du irgendwas an ihm kommst, sofort... Oder gibt es irgendwann irgendeiner Freundin, die es aufbewahrt oder... Zeitweise oder... Aber ich würde eigentlich dazu tendieren, einfach alles ungelesen zu zerreißen. Auch das... Ist eigentlich schon ein Bruch der Null-Kontakt-Regel, dass du überhaupt... Diese Informationen von ihm bekommen hast. Die natürlich nur ein Ziel hat, dass du wieder Kontakt zu ihm aufnimmst, ne? Äh... Würde eine Antwort, in der ich meinen Entschluss wiederhole, keine Beziehung mehr zu wollen, ihn zum Aufgehen bewegen. Come on! Das glaubst du auch selber nicht. Also, nein, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Es wird sich bestätigt fühlen, dass deine Grenzen nicht ernst zu nehmen sind. Und du lernst es wahrscheinlich gerade, Grenzen zu setzen. Bisher hast du sie wahrscheinlich nicht gesetzt. Und die Menschen, die es gewöhnt sind, dass du diese Grenzen nicht setzt, die gehen davon aus, dass sie... Die können das gar nicht glauben, dass sie sie plötzlich setzt. Und... Äh... Ne, da musst du jetzt hart bleiben, würde ich sagen. Das ist natürlich deine Sache, ne? Aber... Oder würde eine Antwort von mir weitere Versuche seiner Herz befeuern? Ja, auf jeden Fall. Und du stehst da ganz... Wie gesagt, ich bin da einfach nur Psychologe. Aber meiner Ansicht nach stehst du da ganz blöd da vor der Polizei. Wenn du einerseits vielleicht irgendwann Kontaktverbot willst und du sagst, äh... Ja, ich hab mich aber noch mit ihm getroffen und das und das besprochen. Da klappen die die Akte unter Umständen gleich zu und sagen, nee, also so geht's nicht, ne? Also da musst du dich auch dran halten, an den Nullkontakt, ne? Ja. Äh... Soll ich das Risiko eingehen, dass er mir auflauert? Ja, natürlich nicht. Du sollst... Das ist wirklich ätzend. Ich hab mir auch überlegt, ob ich die vorlese. Aber wahrscheinlich haben das viele immer sowas gekriegt. Und ich find's einfach wirklich ziemlich ekelhaft, da mit so Ängsten zu spielen. Also wie gesagt, ob das hier passieren würde... Also... Kann gut sein, dass es nie passieren würde. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich kenn ihn nicht, kenn dich nicht. Aber ich find, das reicht zu sagen, oh, da geh ich jetzt mal mir professionelle juristische Hilfe holen. Und wenn's nur einfach, wie gesagt, bei der Polizei dürfte das für die Alltag sein. Wie gesagt, ich glaub, die haben da häufig so Beauftragte. Und die werden dann schon wissen, was zu tun ist. Und dann hast du erst mal ein sicheres Gefühl. Dann ist das erst mal dokumentiert irgendwie. Und ähm... Ja, und dann kann er ja gegebenenfalls Post kriegen von der geeigneten Stelle. Und dann hat er ja auch seine Antwort, ne? Und wenn ja, wie soll ich mich da verhalten? Äh... Ja, nicht mit ihm reden. Stehen lassen. So und äh... Oder... Also, das ist immer schwer zu sagen. Solche Situationen sind super ätzend. Deswegen würde ich das vorher regeln, denke ich. Also das sind jetzt nur so Ratschläge. Ich muss auch sagen, ich bin... Ich bin einfach nur Psychologe. Ich bin auch letztlich kein Stalking-Experte. Da würde ich wirklich mit Fachleuten reden. Und die gibt's, denke ich, bei der Polizei. Ähm... Wie die das einschätzen. Die haben das ja... Kriegen das den ganzen Tag auf den Tisch. Und wissen da wahrscheinlich eher, wie sie... Wie sie damit umgehen irgendwie. Aber das ist... Ja, denke ich jetzt mal noch so diese... Ja... Ähm... Also ich würde nicht mit ihm reden und würde... Also du musst so gucken, was für dich stimmig ist. Also du kannst einfach weitergehen. Grußlos irgendwie. Du kannst dein Handy zucken und... Weiß ich nicht. Polizei anrufen. Ähm... Kann man auch machen irgendwie. Aber ich würde auf gar keinen Fall mit ihm reden. So, ne? Und äh... Ja, es ist eine sehr unangenehme Situation. Und ähm... Aber... Also ich glaube, wenn ich jetzt in deiner Situation wäre... Ich bin natürlich ein Mann. Aber würde ich, denke ich... Das einfach... Sagen... Nö... So geht's nicht. Also hier... Ich lass mich hier nicht stalken und würde dagegen vorgehen. So, ne? Und... Musste mal gucken. Aber ich würde da auch tatsächlich... Das ist nur, was ich so psychologisch sagen kann. Ich würde aber auch mal mit einem... Stalking-Experten reden. Wie gesagt... Ich glaube, da ist die Polizei eine super... Ansprechstelle so. Und ähm... Und psychologisch kann ich aber sagen... Arbeite an diesen Ängsten. Weil deinem Gegenüber... Forderte dich da heraus, was deine Ängste angeht. Also versuch... Alles, was da jetzt hochkommt an Ängsten, die anzugucken. Ebenfalls zu bearbeiten. Jetzt kannst du... Also jetzt mal aus... Den Täter ausblenden für einen Moment sozusagen. Und zu gucken... Was passiert dir eigentlich? Und dich zu beruhigen. Und zu... Irgendwelche konstruktiven... Affirmationen. Ja, jetzt werde ich schon irgendwie gewuppt kriegen. Diese Situation. Also gib dich nicht dieser... Angst als Emotion hin. Weil das ist jetzt irgendwie ein Stück in dir. Was vielleicht... Wenn das überhaupt so ist... Angeschaut werden möchte. Und... Auf der anderen Ebene gehst du halt die... Schritte, die dann halt zu gehen sind. So würde ich das... Angehen. Aber tut mir echt leid. Ähm... Und... Ja, vielleicht brauchst du auch vor Ort... Mal ein Gespräch mit jemandem. Finde ich das sehr belastet. Ähm... Aber... Ja... Null Kontakt... Ist Null Kontakt. Und das... Siehst du als... Einfach als Testes Universum. Und... Hab Vertrauen... Würde ich sagen... Grundsätzlich, dass du auch diese Situation... Meistern wärst. Und wir werden uns bei wiedersehen.